Guten Tag, ich rufe auf Ihre Anzeige an. Die Wohnung aus der Zeitung, ist sie noch frei? Ja. Prima, wie groß ist denn die Wohnung? 60 Quadratmeter Mit allem Komfort Ja, Zentralheizung, Gas, fließendes Wasser Gut, und wie ist die Adresse? Bachstraße 5 Ich möchte sofort kommen. Geht das? Ja, ich warte auf Sie. Guten Tag, ich rufe auf Ihre Anzeige an. Die Wohnung aus der Zeitung, ist sie noch frei? Ja Prima, wie groß ist denn die Wohnung? 60 Quadratmeter Mit allem Komfort Ja, Zentralheizung, Gas, fließendes Wasser Gut, und wie ist die Adresse? Bachstraße 5 Ich möchte sofort kommen. Geht das? Ja, ich warte auf Sie. Zag? Ja, ich warte auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020